Jo, meine lieben Freunde, was geht? Wir nehmen heute eine Runde Fußball auf, das Ganze auf dem Funwell.eu-Server, weil ich mir gedacht habe, nimmst du doch mal lieber... Oh, ich habe schon einen Punkt, okay. Nimmst du mal lieber Fußball auf, weil ich leider nicht so gut bin. Ich glaube, derjenige versteht hier kein Fußball, wie das geht. Aber er schafft es irgendwie. Lol, 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 das ist jetzt nicht sein Ernst. Hä? Was ist denn da los? Man hat gesehen, schön, wie ich den Ball geschlagen habe. Aber, ah, jetzt kann ich das gut schlagen. Okay, jetzt hat er einen Punkt. Okay, nee, 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 das war nicht gut. Hä, wieso schaffe ich denn nicht, den Ball so gut zu schlagen? Das ist sehr irritierend. Aber jetzt haben wir ihn geholt und so. Also, wie gesagt, weil ich halt nicht so gut bin, heute irgendwie in QuickSG, habe ich mir überlegt, ja, spielst du doch mal lieber für eine Runde Fußball und dann, wenn ich auf den Funwell.eu-Server gegangen habe, habe einfach gedacht, okay, 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 weil wir ja so sind, wenn wir ja so lieb sind, spiele ich jetzt hier heute eine Runde Fußball. Und wir ziehen hier ihn hier ab, wie es aussieht und so und, ähm, ja, führen hier schon, wie heißt denn der? Soul Pianist, ach, Soul Pianist, so heißt der, okay. Ähm, habe ich einfach gedacht, aber nimmst du doch mal, oh, 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 der ist, der ist gefährlich, der Ball. Nee, ha, entschärft. Und, ähm, schlagen wir ihn hier einmal gegen die Wand. Und, und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Ich, ich, ich bin eher so ein Wandspieler irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich nutze gerne auch die Bande. Das wird mein nächster Punkt, oder? Ja, das wird mein nächster Punkt. Nein, oha, oha, den hat, den hat er gut entschärft. Wie gesagt, das ist meine erste Runde Fußball irgendwie auf dem Kanal. Ich kann nicht schlagen, wieso kann ich ihn schlagen? Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ich, ähm, das ist meine erste Runde Fußball auf diesem Kanal. Ja, und, ähm, weil ich gedacht habe, weil ich heute wirklich sehr, sehr, sehr schlecht in, ähm, SG und sowas bin, also, was halt so mit Leuten zu tun hat und so, und so killen und so, also mit PvP allgemein, äh, bin ich heute sehr, sehr, sehr schlecht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, spielst du halt mal eine Runde Fußball und, äh, so kommt's. Genau, wir führen 4 zu 1, äh, bis 5 geht's, glaube ich, und dann würde ich sagen, spielen wir auch gleich die nächste Runde Fußball. Das Ganze nicht, äh, ein bisschen kurz dauert sonst. Und, äh, ja. Ah, na, 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 na. Oh, okay, 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 der geht rein wahrscheinlich. Der geht, okay, der, oh, nein. Oh, und jetzt den Konter, Konteransatz, Konter, 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 Konter. Das Ding ist, man muss halt immer so ein bisschen stocken. Er macht jetzt sich selber rein, oder? Ja, er hat gerade sich selber reingemacht, okay. GG. Oh. Es ist jetzt aber, äh, 4 zu, äh, 5 zu 1 gewonnen. Und ich würde sagen, er nennt mich Noob. Okay. Okay, er nennt mich Noob. Okay. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, wir sind auf dem Funnel.eu-Server. Und, äh, wir gehen gleich in die nächste Runde. Und man sieht sich bis gleich. So, und da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Fußball. Und, äh, wir spielen halt... Oha, der ging richtig, richtig weit. Und dann machen wir auch schon den ersten Punkt. Wir spielen gerade gegen den Jannes K. 05. Und, ähm, ja, ich dachte mir, wie gesagt, dass ich du heute, äh, dass ich solche Spiele... Oh, oh, mein Gott. Okay, das ist drin. Dass ich, äh, solche Spiele heute eher wahrscheinlich mögen werde oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich mir, weil ich unbedingt, ähm, ein Video bringen muss, dass ich halt so ein Video bringe. Anstatt irgendwie gar keines bringe ich halt so ein Video lieber. Ich hoffe, dass es euch auch recht. Weil ich bin halt am Vorproduzieren, weil, ähm, ja, also für morgen auf jeden Fall tue ich gerade Vorproduzieren. Weil, äh, ich morgen weg bin den ganzen Tag. Äh, deswegen nehme ich heute irgendwie auch... Ach, ja, okay, er kommt doch noch. Okay. Es sah gerade so aus, als ob er nur stehen bleiben würde. Hab aber trotzdem den Punkt gemacht. Und ich führe schon wieder 3 zu 1. Diesmal sind wir Team Blau. Genau, also, ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool, dieses Spiel irgendwie. Also, ich mag den Spielmodus extrem. Jetzt muss ich mich gerade kratzen, deswegen. Oh, nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Geh weg. Und auch mal gegen die Bande. Komm. Zack. Haben wir gut gemacht. Nein, nein, nein. Oh! Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Entschärfen, entschärfen, entschärfen. Irgendwie entschärfen. Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. Okay, der ist drin. Nein, ist er nicht. Aha. GG. Man hat irgendwie so die Chance, dass man ihn trotzdem schlagen kann. Keine Ahnung wieso. Aber ich kann ihn trotzdem schlagen. Okay, das ist meine Konterchance. Das ist meine Konterchance. Das Problem ist halt, man stockt halt immer nach dem Schlagen, stockt man immer. Und machen wir die Konterchance, ja, die machen wir. GG. So, wie gesagt, ich produziere das Video hier auch heute irgendwie für morgen. Und falls ihr mehr Fußball sehen wollt, dann lasst am besten eine positive Bewertung da. Okay. Nein, nein, nein. Okay, nein, nein, nein. Da, da, da. Okay, verkehrt. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Fußball sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Dann schaue ich mal, dass ich in der nächsten Zeit mehr Fußball bringen werde auch. Weil ich finde, das ist halt wirklich cool, dieses Spiel. Und dann nutzen wir jetzt die Konterchance und machen es das fünfte Tor. GG. So. Hab neun Punkte jetzt gerade erhalten, weil er noch ein Dingens mehr erzielt hat. Aber, naja, ne. Also, mal schauen, wie schnell es geht. Oh, ich hab ein Cape. Oh, er schreibt mir, ich hab ein Cape. Ich hab ein USA Cape. Das sieht cool aus. Ich spiele einfach noch eine Runde Fußball. Und, äh, er macht natürlich mit. Ich hab ein Cape erhalten von ihm. Es ist sehr, sehr, sehr Dankeschön. Auf jeden Fall, Janis, an dich, dass du mir das Cape gegeben hast. Dankeschön. Schreib mir mal einfach Dankeschön. Und, ähm, auf jeden Fall ein riesen, 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 riesen Dank. Hau ihn dir selber rein. Er hat kein Problem. Hau ihn dir einfach selber rein. Perfekt. Ähm, ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist ein richtig, richtig geiles Spielmodus. Oh, nee. Der darf nicht rein. Der darf nicht, der darf nicht rein. Hab ich doch eben erwähnt. Uah. Nein. Okay, okay. Den hat er, den hat er gut gehalten. Das sind halt immer so meine Tore irgendwie. Also, wenn ich, wenn ich das schaffe irgendwie. Weil, wir spielen jetzt schon die, keine Ahnung wie viel die Runde. Dritte, kann das sein? Zweite, dritte Runde? Ne, zweite, zweite ist es jetzt. Gegenrunde. Ich bin eher so der, der Typ, der dagegen haut. Aber jetzt kann ich es so wahrscheinlich anhauen, wenn ich es schaffe. Ja, er geht rein. Perfekt. Ähm. Auf jeden Fall ist das halt so ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal, dass das nicht nur PvP kommt, sondern auch immer mal wieder so Fun-Sachen. Was macht der denn hier? Da warten wir noch ein bisschen in dem Anstoßkreis. Ist er da? Go. Oh, nein. Oh mein Gott. Er macht jetzt, er macht jetzt Go. Und, ähm, ja. Ist ja egal. Ach, jetzt, okay. Er geht fairerweise zurück. Perfekt. Und, ähm, ja. Ist auf jeden Fall auch ein Zugeschauer. Weil mich eben gerade eben auf Twitter auch nochmal nachgefragt. So von wegen, ähm, wer denn gerne muss, muss der MC neu starten? Dann hast du das. Habe ich doch auch schon so. Man sieht es, USA ist es gerade. Ich kann aber, anscheinend kann ich die Flacken ja anders machen. Also, da gibt es jetzt Flacken und sowas bei Optifine. Und dann kann man das Ganze ja anders machen. Oh mein Gott, er hat es geschafft. Genau, mach ihn dir ins eigene Tor. Perfekt. Oh. Perfekt, perfekt. Ne, 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 er ist nicht rein. Shit, 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 schade. Okay, das ist seine Konterchance. Das ist seine Konterchance. Oh. Nein, nein, nein. Okay, der geht, der geht für ihn. Der geht für ihn. Okay, nein, na, ja. GG. Oh, nein. Nein, okay, das ist, der ist jetzt drin. Okay, nein, 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 nein. Okay, der geht aber jetzt für mich, oder? Ja, jetzt habe ich ihn ein bisschen weiter weg. Ja. GG. GG. Oh, nee, nee. Das ist immer so ein bisschen Glück. Auch wenn zwei Leute auf den Ball zulaufen, beziehungsweise auf das Huhn zulaufen, wer dann halt den Huhnschlag austragen kann. Zum Beispiel jetzt er, wo ich auch schon draufgeklickt habe. Und jetzt, ja, jetzt, jetzt hole ich mir den wahrscheinlich. Nein, schade, schade, schade. Ich laufe ein bisschen weiter zurück, dass er das nicht holen kann. Ah, dann habe ich es bekommen. Und jetzt. Ja. Ja, 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 ja. Geh rein, geh rein. Nein. Och, Mann, das ist immer so ein bisschen Glück auch. Ein bisschen mit Glück. Wo ist das Huhn? Nein, nein, nein. Das darf nicht rein. Das darf nicht rein. Das darf nicht rein. Das darf nicht rein. Okay, er hat es aber fast drin. Oh, ich habe es gerade noch retten können. Das ist jetzt wirklich wieder eine spannende Runde. Ich bin auch, glaube ich, ein bisschen zu nahe an meinem Mikrofon. Aber was soll's. Das ist spannend. Ah. Das ist auch, das ist so. Ich will zu Nullt gewinnen. Das kann man ja auch als Spielmodus reinmachen. Dass ich so lange spielen muss, Fußball, bis ich zu Nullt gewinne. Weil Fußball liegt mir irgendwie so ein bisschen hier. Finde ich persönlich. Weil ich habe jetzt jede Runde, glaube ich, gewonnen. Keine verloren. Das ist halt auch wieder so ein bisschen. Da hätte ich zum Beispiel gegen die Bande gehauen. Gegen mit der Bande gespielt. Und jetzt. Da war man drin. Perfekt. Chichi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist halt auch wieder so ein bisschen lucky. Das ist so ein bisschen Glück. Genau. Perfekt. Nein. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob ich zu Nullt gewinne. Wer weiß. Vielleicht gewinne ich ja zu Nullt. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Äh. Ja. Es sieht aber ganz danach aus. Sieht ganz danach aus. Das wird ein letzter. Ja, das ist mein. Nein. Nein. Oh. Doch. Oh. Chichi. Zu Nullt gewonnen. Richtig, richtig gut. Ähm. Ja. Ich würde sagen, das hat sich so als Video ergeben. Wie gesagt. Ich produziere gerade ein bisschen vor. Das ist der funwill.eu-Server. Wer auf jeden Fall auch eine Runde Fußball spielen will, der kann das gerne tun. Einfach hier dran klicken auf Fußball klicken. Dann seid ihr auch schon da. Auf jeden Fall hoffe ich, die Runde hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, irgendwie let it kick Fußball, was weiß ich. Und danke schön, Janis, auf jeden Fall für das wunderschöne Cape. Gerade noch eine Flagge, eine amerikanische Flagge, die USA-Flagge. Und, ähm, naja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Moment, da ist der Janis. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Und, äh, man sieht sich. Macht's gut. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten auch noch gerne einen Kommentar, wie ihr das findet, wenn ich auch noch ein bisschen Fußball nebenher spiele. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Und ciao. Ciao.